Hallo und herzlich Willkommen zu Revolution Live. In dieser Reportage und dem anschließenden Song geht es um Martin Luther King, Nelson Mandela und die schwarze Bürgerrechtsbewegung. 1. Dezember 1955. Es ist kalter Winter, abends in der Stadt Montgomery im amerikanischen Bundesstaat Alabama. Die 42-jährige Näherin Rosa Parks sitzt müde von der Arbeit im Stadtbus auf dem Weg nach Hause. Ein weißer Fahrgast möchte sich in die gleiche Sitzreihe setzen und verlangt, dass Rosa Parks und die anderen schwarzen Fahrgäste aufstehen sollen. Die Sitzreihe ist zwar eigens für Schwarze vorgesehen, muss aber laut dem Rassentrennungsgesetz sofort für einen weißen geräumt werden. Alle Farbigen kommen der Aufforderung nach, Rosa Parks nicht. Sie hat diese Diskriminierung satt und bleibt sitzen. Der Busfahrer ruft die Polizei, Rosa Parks wird wegen Erregung öffentlicher Ärgernisse verhaftet. Ein kleiner Zwischenfall im Alltag der rassistischen US-Gesellschaft, in der Schwarze nicht die gleichen Schulen, Gaststätten, Parkbänke und Verkehrsmittel wie die Weißen nutzen durften und ständigen Diskriminierungen und Beleidigungen ausgesetzt waren. Ein kleiner Zwischenfall, der, wie ein Stein eine Lawine auslösen kann, 1955 zur Gründung einer Bürgerrechtsbewegung führt, welche neun Jahre später die gesetzliche Aufhebung der Rassentrennung erkämpfen kann. Der Kopf und das Herz dieser Bürgerrechtsbewegung war Martin Luther King, der damals 26 Jahre junge Pfarrer der örtlichen Baptistengemeinde. Er bringt die 42.000 Schwarzen der Stadt dazu, ein Jahr lang die Stadtbusse zu boykottieren, sich untereinander zu organisieren und zu helfen. Und das Wichtigste, sie sollen im Kampf um ihr Recht, dem Hass und den massiven Gewalttätigkeiten der Weißen entschieden, aber ohne Gegenwehr entgegentreten und zeigen, dass sie moralisch stärker sind. So entsteht eine landesweite Protestbewegung, welche erreicht, dass die Rassentrennung rechtlich aufgehoben wird. King erhält dafür den Friedensnobelpreis. Aber der Rassismus ist, wie wir auch heute noch sehen, tief in der US-Gesellschaft verwurzelt. Der Kampf geht weiter und 1968 wird Martin Luther King dabei von einem weißen Extremisten erschossen. King konnte die Erfüllung seines Traumes von einem friedlichen, gleichberechtigten Zusammenleben von Schwarzen und Weißen nicht mehr erleben. Aber in Südafrika, in welchem ein ähnlicher Kampf für die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung geführt wurde, gelang es dem dortigen Revolutionär Nelson Mandela, seinen Traum zu verwirklichen. 1964, im Jahr des Triumphes von Martin Luther King, wird Mandela zu lebenslanger Haft verurteilt. 26 Jahre verbringt er auf der Gefängnisinsel Robben Island. Die meiste Zeit in einer kahlen, mintgrünen Betonzelle von zweimal zwei Meter Größe. Ein Holzschemel, eine dünne Filzmatte, ein Fäkalienkübel. Tagsüber Steine klopfen, ständige Erniedrigungen und Gewalttätigkeiten der Gefängniswärter. Mandela, Sohn einer afrikanischen Königsfamilie und Rechtsanwalt, gelingt es, seine eigene Würde und den Respekt vor seinen Feinden dennoch nicht zu verlieren. 1990 endlich freigelassen, wird er zum wichtigsten Friedenspolitiker Afrikas. Es gelingt ihm, einen Bürgerkrieg zwischen Schwarzen und Weißen zu verhindern. Als er zum Präsidenten gewählt wird, kann er mit seiner Versöhnungspolitik den Rassenhass in Südafrika zunächst überwinden und die Grundlagen für eine friedliche Demokratie legen. Untertitelung des ZDF, 2020